Du willst dein FIFA Dream Team haben? Hol dir jetzt FIFA Coins zum Kampfpreis über den Link in der Beschreibung. Nur beim Marktführer MMOGA. Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem Pack Opening und zwar gibt es drei Man of the Match Spieler und ein sehr anständiges Team der Woche und transferierte Karten. Also richtig geile, richtig geile Aktionen, die man hier vor den Augen hat und dazu gibt es auch noch Special Packs. 25 Carpacks, davon 10 Stück, die werde ich jetzt alle öffnen. Ich wünsche mir Glück nach dem Team of the Year das erste Pack Opening in der Hoffnung, dass da jetzt mal was Gutes bei ist. Beim Team of the Year hatten wir ja nicht so viel Lack, wir fangen direkt mit Narni an. Also es gibt definitiv besseres. Wen haben wir noch? Kann er irgendwas? Ich weiß nicht, ich nehme ihn mal mit. Ach genau, sind ja nur Spieler. Okay, also schade, ich finde jetzt die nur Spieler Packs nicht so gut. Aber schauen wir mal, dass wir da jetzt den ein oder anderen guten drin haben. Sollte man doch mal erwarten. Oh, Luca. Wow. Oh Gott. Komplette Pack abstoßen. Jawohl. Geiles Pack auf jeden Fall. Oh, so nächstes jetzt mit Alaba. Dritte schon. In der Hoffnung, dass da sich wenigstens mal eins rentiert. Schauen wir doch mal. Und Maxim. Krass. 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 Ey Mann. Das ist doch scheiße. Das ist doch echt scheiße. Egal. Vierte ist wieder mit Alaba. Haben mir eigentlich in der Vergangenheit ein bisschen Packlack gebracht. Hier sieht es jetzt aber auch nicht so gut aus. Nehme ich mal Laporte mit. Wer ist er? Frei. Naja. Ach Gott. Also. Vier Stück schon verzogen. Und bis jetzt kann ich es wirklich nicht weiter empfehlen. Das haben wir hier. Oh wow. Handy. Hör mal auf. Javinho. Aber der Rest kann... Jovita Sequeira. Der Rest kann denke ich mal auch weg. Also nicht wirklich erfolgreich. Fünf Stück haben wir schon. Jetzt kommt das sechste mit Griezmann. Und da ist Fafan immerhin drin. Der höchst bewertetste Spieler bis jetzt. Geil. Also die 25k-Packs sind so scheiße, Leute. Die sind wirklich nicht gut. Zieht die nicht. Die sind nicht gut. Die sind echt nicht gut. Nein. Und ein Vier ist auch nicht gut. Oh Gott. Ich stoße hier ein Pack nach dem anderen ab. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Hätte ich jetzt wirklich Coins-Probleme. Ich würde mich so ärgern. Mann, 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 Mann. So. Nächstes Pack mit Tim Howard. Wenn wir mal geskippt. Negredo. Ist auch nix wert. Mann. Hier ist nur Scheiße drin. Aber nur. Es ist so bitter. Zwei Stück haben wir noch. Zwei Stück. Und die waren so schlecht bis jetzt. Mann, Mann, Mann. Schauen wir doch mal rein. Griezmann bringt uns Eto. Das ist auch nichts Gutes. Nehme ich mal mit. Wow. Wie viele Everton-Spieler. Da waren jetzt vier Stück in einem Pack. Krass. Okay. Kann aber auch weg. So. Letztes 25. Ich mach davor noch mal so ein paar 7-5er auf. Wahrscheinlich sind die sogar direkt besser. Nein. Okay. Doch nicht. Geil. Türkei-Wappen. Super. Woo. Krass. Vielleicht steigere ich mich ja noch. Vielleicht kriege ich ja gleich sogar, ähm, keine Ahnung, ein anderes Wappen. Geil. Kann der dieser Kosta? Kann der irgendwas? Zumindest relativ coole Allround-Werte. Aber, ja, kann auch weg. Ist der Palaccio irgendwas wert? Der hat zumindest coole, krasse, coole Werte. Ja. Biete ich mal an. So, mach ich jetzt noch zwei 7,5er auf und dann einen 25k-Pack. Beziehungsweise das letzte 25k-Pack. Und hier ist Löw drin. Jawohl. Jetzt hab ich auch 1000 Münzen wert oder so. Heilung nehm ich mal auch mal mit. Aber das war bis jetzt echt nicht gut. Das war echt nicht gut. Also, nächstes Pack. Letztes 7,5er war mit Alaba. Hau mal raus, mein Freund. Und Caceres. Der war letzte Woche noch in Form. Verdammt. Verdammt. So, Fitness nehme ich auch noch mit. Und ZDM zu ZDM auch. Und wenn das Pack jetzt auch scheitern sollte, dann hab ich hier wirklich 200k rausgeworfen. Mehr als 200k. Ohne irgendwas Gutes zu bekommen. Ab den Ur. Hatten wir auch schon zu Genüge. Kurani. Kurani. Was will ich denn mit Kurani? Nein, auf den komm ich grad gar nicht klar. Geil. Hauptsache Kurani. Oh Mann. Komm, der ist wohl bestimmt richtig viel wert. Kurani. 350. Instant. Krass, den speicher ich mir. Ich geh mal mit Lybritium und Kurani. Warum zieh ich denn Kurani? Oh Mann. Ja komm, ein 7,5 war es noch drin. Oh wow, Kurani. Komm, skip. Duplikat, duplikat. No, nein. Also Leute, die Packs waren jetzt nie ganz so gut. Aber okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video. Ich hoffe, ihr hattet natürlich ein bisschen mehr Glück. Und ja, Kurani war definitiv das Highlight. Macht's gut. Ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Lauter rein. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.